So Leute, da sind wir auch schon wieder zurück und mein Mikro hängt mir fast in der Fresse. Auf jeden Fall, da sind wir jetzt wieder zurück und machen weiter mit der nächsten Mission. Großartig! Wir kontrollieren jetzt das Hotel. Noch besser. Wir haben drinnen ein riesiges... Der Hafen. Nimm die Lagerhäuser ein. Dort bewahren die Sowjets die Maschinen, Pistolen und Artillerie auf, die sie von den Schiffen entladen. Wenn du Erfolg hast, wird die feindliche Feuerkraft stark geschwächt sein. Sprenge auch die Hubschrauber-Tankanlage. Okay. Habe verstanden. Hoffentlich wird meine Merschen-Gun... Hier entlang! Ja! Schießen und nachladen! Los jetzt! Habe verstanden! Los geht's! Weg! Genau! Gehen! Der beste Weg, die Helikopter außer Gefecht zu setzen, wäre, ihren Landeplatz auszuschalten. Du kannst durch eins der alten Gebäude dahin kommen. Okay. Zählt auf ihren Standort! Habe verstanden! Schnauze! Guck mal, wie schnell er nachher ist. Ich bin so krassig. Die Maschine war schon geil, aber so eine AK-Store schicker ist. Ich habe gehört, ihr habt Munition für mich. Die Maschine rummelte! Ja! B Dom! B Assisi! Die Maschine rummelte! Die Maschine rummelte! Ich bin so krassig. KloB! Wer uns noch gr nich tut. sie trifft die scheiße nicht erkundet die gegen vor uns schoo schoo los 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 schnapp sie euch Sosa Hä? Was? Hä? Dummes Oschloch! Neugruppieren! Ihr habt mich gehört! Habe verstanden! Hoooo! Komm lass den Mosen! Bumbe! Ah! Gib mir... Muniendo! Oh Ha-ha-ha... das kommt einfach nur scheiße rüber put it in the bin put it put it in the bin medibag 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 findet die roten ja so packen wir uns mal eins ein das ist aber nice das ist nice nice dass hier so viel munition rumliegt du der schießt so greift mich nicht an hierher zurück ich mach zu aller ich bin hier wo ist immer noch einer hier so das hier wird helfen so ist aber gut so 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 schlug durchkämpft gegeben ab so und dann schnappt sie euch machen wie es so 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 ist Ich kann sie nicht sehen. Wir werden beschossen. Auskundschaften. Ja, verstanden. Eliminier sie. Echuao. So eine Flotze. So eine Flotze. So eine Flotze. Oh. Gehen wir mal einfach schnell so hoch. Logik. Is bad taught and not logik. So, wir müssen eindeutig da drüben. Weizlicher Beschuss. Ziel auf Ihren Standort. Lote Fils. Atleta Goeie. Kannst du ihn sehen? Verpasst ihn in einen Dämpfer. Verpasst den Feind. So. Eliminiert sie. So. Habt ihr sonst noch etwas zu sagen? Letztliche Kacknoobs. Komm, das können wir auch lassen. ... ... Hier ist man so... Neugruppieren! Zielt auf Ihren Standort! Ja, das würde ich gerade schon sagen. Waffe! Waffe! Sorry, aber... Eliminiert sie! Das sollte helfen! Na, du tippt mein Rohr! So... Abzug! Los doch! Tja, leg dich nicht mit mir an! Du stirbst! Ah, die Musik, die ist schon manchmal... komisch! Aber trotz all dessen haben wir... etwas levellesshaft! Das ist schon mal... was Positives! Ach, die haben zwar mehr gekillt, aber ich wollte mich auch nicht so oft töten lassen. Hatte ich mich auch schon oft. So... Das war's dann auch wieder von diesen... richtig geilen Part! Und... ja... Wir sehen uns im nächsten wieder! Bis dann noch! Tschüss! Aus!